Der Franz war ein braves Kind und vor allem auch sehr beliebt. Im ganzen Haus, auch in der Straße. Der Franz ist 45 geboren und wir hatten eigentlich eine sehr enge Beziehung. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass man einfach auf sehr engem Raum gewohnt hat. Das war einfach Not und Elend in München, in Güsing, da wo wir aufgewachsen sind. Ja, es war ein anderes Land. Und was hattest du als heranwachsender Junge schon außer Sport? Man ging halt kicken mit den Kumpels und kickte überall, auf Obstwiesen, auf der Straße. Wir sind aus dem Haus über die Straße, Zahnlatte zur Seite und rein in den Fußballplatz. Unser Vater hat eigentlich im Grunde genommen mit unserer Erziehung gar nichts zu tun. Und so hat das Ganze meine Mutter in die Hand genommen. Die hat immer gesagt, ihr müsst ein bisschen weiterschauen. Es gibt nur Menschen auf der Welt. Es gibt keine Hautfarbe, es gibt keine Konfessionen, sexuelle Neigungen. Alles Mögliche, das zählt nur der Mensch. Der Franz war damals 14 Jahre und den hat dann der damalige Trainer mitgenommen ins Trainingslager. Und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, an Franz. Ein schmächtiges Krischperl was. Da haben wir gesagt, na gut, der hat, na gut, technisch haben wir gesehen, aber ein bisschen zusetzen können, weil er ein bisschen schmalbrüstiger war, der Franz. Ein Jugendspieler, der jetzt in die erste Mannschaft kommt, der Fähigkeiten hat, wie sie es bis jetzt beim FC Bayern noch nicht gab. Der Blutjunge, Franz Beckenbauer, da begann es bei ihm. Er spielte einfach einen Fußball, der für Deutschland neu war, ungewöhnlich. Eine Virtuose Leichtigkeit. Er versucht, durch seine Intelligenz, durch seine Eleganz und seine Art, wie er seinen Körper bewegt, das Spiel zu öffnen und das Spiel zu gestalten. Anklick abgefangen von Beckenbauer, dem Stopper, der jetzt mit nach vorne geht. Beckenbauer durch, am Strafraum. Da kommt der Flugtor. Mit diesem 4 zu 2 erreichte Beckenbauer bisher den Höhepunkt seiner Vereinslaufbahn. Deutscher Pokalsieger 1966. Er war besessen, ehrgeizig, alles vorhanden, was ein richtiger Fußballer haben muss. Nur, er ist nicht so aufgetreten. Man hat das, wir, die ihn genau gekannt haben, ich besonders, habe ihm das immer erzählt, wie ich ihn sehe. Und dann hat er immer gelächelt und gelacht und wusste, dass ich recht habe. Seit dem Einstand in der deutschen Nationalelf nahm Beckenbauer an neun Länderspielen teil. Er ist der jüngste der Nationalmannschaft. Da war dann schon klar, relativ schnell, dass dann das eigentlich nur nach oben gehen konnte. Hans Beckenbauer war so der Ausdruck von Wohlbefinden. Und ja, damals war auch noch nicht so dieser Zeitgast, dass man über alles nur geklagt hat, sondern man hat sich irgendwie auch daran gefreut, dass es uns gut ging. Beckenbauer ist stolzer Besitzer eines Einfamilienhauses in Münchens Willenvorstadt Soln. Der AC Mailand wäre bereit gewesen, dem FC Bayern 2 Millionen Mark Ablösegeld für Franz Beckenbauer zu bezahlen. Das ist bisher die größte Summe, die vom Ausland für einen deutschen Spieler angeboten wurde. Beckenbauer ist in Münchens Willenvorstadt. Die erste Ausdruckung der Bundeskanzler ist in Münchens. Beckenbauer, 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 Beckenbauer. Seine Einmaligkeit war mir erst später bewusst, als ich so darauf geachtet habe, mit welcher Leichtigkeit er das macht. Dieses Uneingestrengte. Er schwitzt ja nicht. Beckenbauer. Allein muss er gehen, sonst wäre er abseits gewesen. Wunderbar. Kommt! Sie wissen so gut, wie weltgrossartiger Fußballspieler Beckenbauer ist. Was bei ihm herausstechend war, die Art und Weise, wie er natürlich diesen Ball gestreichelt hat. All diese Attribute dessen, wie er das Spiel geprägt hat, waren so beeindruckend. Beckenbauer. Seeler. Beckenbauer. Ja! 2 zu 0 für Deutschland! Also, auch auf internationaler Ebene hat natürlich Franz Beckenbauer eine enorme Strahlkraft entwickelt. 70. Spielminute! Eine letzte, fast indiskrete Frage. Ist die Verehrerinnenpost gestiegen nach diesem Spiel? Nein, also... Keine Glückwünsche aus der Heimat, doch? Ja, doch. Ja, ja, ja. Und Autogrammwünsche? Ja, ja, das ist klar. Aber das ist halt immer sehr schlecht, wenn hier Autogrammwünsche ankommen, weil man hat fast keine Zeit, sich zu beantworten. Und es ist auch wirklich nur lästig. Guten Abend, meine Damen und Herren. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft geht es heute in Liverpool im Spiel gegen die UdSSR um den Eintritt ins Finale. Und auf einmal haut der Franz aus 25 Metern, haut er den so halb hoch ins Eck. Tor! 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 Das war Beckenbauers geschafft. Deutschland führt mit 2 zu 0. Der Franz stand ja dann mit der WM in England 1966 im Mittelpunkt des deutschen Fußballs, im Mittelpunkt der deutschen Nationalmannschaft. Die deutsche Mannschaft jubelt in diesem Augenblick. Mit 2 zu 1 hat sie die Sowjetunion geschlagen und zieht damit in das Endspiel in Wembley ein. Ich erlebe es in diesem Augenblick an meinem kleinen Transistorgerät genauso wie jene Fußballfreunde und Sportanhänger, die jetzt zu Hause vor den Radioempfangsgeräten bzw. vor den Fernsehschirmen sitzen. Zum ersten Mal wurde die WM per Satellit übertragen und in den USA ausgestrahlt. Das hatte einen unglaublichen Einfluss auf das Spiel. Das Wembley-Stadion. Hier sind 100.000 Zuschauer beim Endspiel der 8. Fußballweltpreise verschafft. Deutschland gegen England. So lautet die Fahrung, die in zwei Minuten beginnen wird. Meine Mutter hat in Fabian gewohnt mittlerweile und da haben wir das, glaube ich, sogar im Schwarz-Weiß-Fernsehen angeschaut, das Spiel. In dem berühmten Endspiel war er schon ein so wichtiger Spielmacher auch aus der Sicht der englischen Mannschaft, dass sie den Bobby Charlton zum direkten Gegenspieler von Beckenbauer gemacht haben. Bobby Charlton war ja der größte Mittelfeldspieler der englischen Weltmeisterschaft-Mannschaft und die haben sich beide in dem Endspiel neutralisiert. Also hat Franz Brickenbauer damals auch schon aus der Sicht der Engländer als 21-Jähriger die zentrale Rolle gespielt, den man ausschalten musste, um das Spiel zu gewinnen. Und dann kam halt dieses dritte Tor, wo man immer noch nicht weiß, war er drin oder war er nicht drin. Und dann kam halt dieses dritte Tor, wo man immer noch nicht weiß, war er drin oder war er nicht drin. Ich war so müde, weil mich der Bobby Charlton 120 Minuten über den Platz gehetzt hat, dass mir das auch völlig wurscht war. Zum ersten Mal in der Fußballgeschichte wird England Fußball-Weltmeister. Ich habe gesagt, so wie er will ich spielen, weil er einfach so unglaublich war, so elegant, so makellos. Nun, ein Riesenempfang war es am Rollfeld nicht, denn es war alles etwas improvisiert, aber die Angehörigen, Presse, Journalisten und die Vereinsfunktionäre waren natürlich da. Franzl, haben Sie eine Chance ein bisschen auszuspannen oder geht es bei Ihnen jetzt gleich weiter? Ja, bei uns geht es gleich wieder weiter. Vielleicht habe ich die Chance, vielleicht gibt mir der Verein ein, zwei Tage Ruhepause, aber dann geht es mit frischen Kräften wieder los in die neue Saison. Was meinen Sie, was los ist? Wenn Sie hier in München Ihr erstes Spiel wieder machen, dann brechen hier die Ringe. Weltmeisterschaften machen ein großes Spiel und das ist ihm da gelungen, dass er aus dieser Phase des normalen Bundesligaspielers herausgetreten ist, sondern eine Person wurde, die angehimmelt wurde und die ihren Weg machen würde, so hat man das prophezeit.